heute machen wir eine challenge mit den das wetter ist super und die jungs sind auch super gelaunt ich auch ich habe richtig bock drauf wir machen jetzt eine challenge in dreiergruppen dafür sind die neuen jungs die schießen jetzt alle aufs vor und die regeln erkläre ich euch gleich jeder hat zehn schüsse insgesamt sind es dann 90 schüsse davon 5 balotelli snapshot schüsse fünf schüsse aus dem lauf ganz einfach let's go jetzt Jetzt kommt das erste Tor. Egal, der Licht ist drin, komm! Schade! Egal, egal! Beine Runde flach in die Ecke. Schade! Egal, komm, ein Tor! Start! Junge! Let's go! 20 Schüsse und ein Tor! Oh, fuck! Du wirst ein Tor. Und dann geht's noch. Die bekommt das so. Die ist schon wieder! Los geht's! 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 Musik 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 Bist hin, bitte. Das kann doch nicht sein, das kleine Stückchen. Das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Ja! Wichtig! Und wieder! Ich treffe mich. Also Zwischenstand, Gruppe 1 hat ein Tor und die anderen beiden haben drei Tore. Ich sag mal so, das ist ganz schön anstrengend, also nicht ohne. Hätte ich nicht so geschätzt. Und jetzt geht's weiter mit Balotelli Snapshot.